Das ist Freitag! Scheiß Uploadplan! Oh mein Gott! An diesem Freitag werden wir uns wieder einmal Pineview Drive widmen. Ach, ist die Maus schnell eingestellt. So ist doch schon gleich viel angenehmer. Ich finde es immer noch sehr lustig, dass wir in dem fensterlosen Zimmer das Flackern des Sturms blitz sehen. Stimmt, das fällt mir ja jetzt erst auf. Das kann ja gar nicht. Nee. Sehr geil. Ja, kommt vor. Nun ja, nun ja. Ja, äh, Pineview Drive, genau. Tag 18. Tag 18. Controller Sohn Und ich bin echt gespannt, was noch so auf uns zukommt. Ich habe euer Feedback gehört, ihr möchtet etwas lauter, ihr bekommt etwas lauter. Und ebenso ist unser Lieblingsclown wieder hier. Genau, und der war in der neuen Küche. In der neuen Küche. Da lief jemand. Was war das? Das war eklig und ich würde es gar nicht wissen. Geh hinterher. Oh Gott. Ich gönne uns mal eine neue Battery. Was, der läuft so beschwingend und fröhlich hier lang. Woher ist die nun? War das nicht die Vogelscheuche? Ach ja, mit der war doch was. Dass er die am Fenster gesehen hat oder so. Boah, aber das war... Ekelhaft. Gut. Ja. Wir gehen mal die Vogelscheuche angucken. Na ja, die steht da. Ähm. Hallo liebe Vogelscheuche. Ich finde die gar nicht so lieb. Ich bin noch nicht so begeistert, aber das war eben sehr eklig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach mal das Licht an. Wo war denn jetzt die neue Küche? Ach, ganz oben. In diesem ganz oben... Wo waren wir denn da nochmal? Da. Richtig. Boah, ich warte jetzt aber auch an jeder Ecke, ob nochmal sowas kommt, wa? Ja ja. Schlimm. 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 Stimmt. Die Küche war doch unten. War denn da nicht die Küche? Wir sind doch unten jetzt in diese neue Abteilung gekommen. Bleib? Ja. Ach, die Libyaner. Wo war das denn? Ja eben, sag ich dir. Wo war das? Die Tür ging noch nicht auf, ne? Was war mit da? Der Tür? Hä? Wo war denn dann die... War das eine Tür oben? Ach hier. Da war das. Kann man hier doch irgendwo... Also den Kühlschrank konnte man ja auch machen. Mhm. Kann man da auch noch irgendwas anfassen? Also nicht, dass ich das Essen da will, aber... Kann man da irgendwie was anderes auch machen oder so? Äh, die ist gerade ausgegangen. Aha. Oh mein Gott. Ich war hier rangegangen. Ja. Nun war sie aus. Er ist pfst schon wieder hing. Kann man an den Herden auch was aufmachen oder so? Nein, oder? Was steht da hier? Das ist doch eine Statue, oder? Ja. Weiter geht's, jupi! Und hier hinten lief eben die Figur, oder? Ja, da lief ja der Typ, oder was auch immer. Aber die Vogelscheute war es hier jetzt nicht. Und wir haben keinen Schlüssel mehr. Liegt denn hier vor der Tür vielleicht auf dem Boden einer jetzt? Nee, ne? Achso, da! Und da drin war auch nichts. Da, wo der Lang lief? So hier auf dem Boden oder so? Äh... Was? Hörst du die Schritte nicht? Du läufst doch gar... Jetzt läufst du aber... Ich hab eben keine Schritte gehört. Also ich hab eben Schritte gehört. Oder bin ich der Meinung? Da hab ich sie nur eingebildet. Bestimmt. Oh Gott, diese Musik! Ich strau mich nicht um die Ecke! Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Irgendwas war da eben im Licht der Blitze auf dem Boden zu sehen. Das war im Jagdzimmer. Boah! Da steht das Telefon. Aber das ist doch nicht das Jagdzimmer, oder? Nee, 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 nee. Du musst zum Jagdzimmer jetzt gehen. Das Jagdzimmer ist das erste Zimmer unten, wenn du unten links an der Tür... Ah, an der Treppe, ja. Hat er Angst? Ja. Aber vor was denn? Da flog doch gerade was. Hast du das Fliegen sehen? Ja, aus dem Augenwinkel nur. Da sind Schwulspuren auf dem Boden! Echt? Ja! Die liefen genau auf uns zu! Da guck! Oh! Was ist das jetzt? Das Jagdzimmer? Oh! Nee, aber ich denke, die fangen im Jagdzimmer an. Das soll ich jetzt nicht ins Jagdzimmer gehen? Ich habe dort Schlüssel gefunden. Stimmt. Guck mal da! Was ist denn da? Das Licht sieht da so komisch aus. Siehst du das? Nee. Okay, das war nur... Ein Schatten, oder was? Oh, was? Ganz ruhig! Weiter geht's! Da geht's noch nicht weiter, genau. Probieren. Obwohl, das sind alle möglichen Türen, wo jetzt diese Gestalt sein könnte. Da würde ich eigentlich gar nicht hin. Geht's da schon weiter? Jetzt ja! Oh, nee! Oh, was ist das denn? Afrika-Zimmer! Ein Trophäenzimmer! Ja, Gras! Ja, aber sehr unangenehm. Wo kriege ich denn hier das Licht angemacht? Du musst... Achso! Ach komm! Genau! Nee, das ist nur ein... Dann Batterien. Nimm die gerade mal mit. Geh halt mit... Da ist ein... Guck mal! Da ist die Schlüssel? Ja. Ach nee, das ist ein Teles... Ein Mikroskop. Da ist jetzt noch eine Kerze. Hier auf dem Tisch. Boah, Leute! Aber es ist ein schönes Zimmer, also... Ja, ja. Ach guck mal, da ist ja schon die Notiz. Wo denn? Ja, vor dir. Ja, komm. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine anzuspielen. Ich versuchte sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. Die du immer angemacht hast jetzt. Werd sich schon dran gewöhnt. Tag 19. Was ist denn das? Das denn? Das ist nicht mehr diese Wumm, Wumm, Wumm? Das ignoriere ich gepflegt. Ach so. Gar nicht umgucken. Aber wenigstens... Das ist das Jagdzimmer. Ja. Das war der Clown mit dem Seil im Jagdzimmer. Das ist mir zu viel Information. Da ist schon wieder. Too much information. Aber diesmal war es doch eine Frau, oder? Ja, das war beim ersten Mal auch eine Frau, glaube ich. Ach so, okay. Ich dachte, er sich vom Schatten erstreckt. Ach so. Der macht mich keller. Probier auf, probier aufzumachen. Das ist die Tür zu dem Zimmer. Ja. Guck. Ach nee. Der Clown. Der Clown. Oh Gott. Ich bin jetzt nicht erschrocken. Ich will auch gar nicht erschrecken. Das ist weil wir schon innegehalten haben und ihn gesehen haben. Aber ich finde es nicht gut, dass er jetzt von alleine lacht. Hat er denn überhaupt schon mal gelassen? Nein. Also ich finde generell nicht gut. Mach mal Kerze an da. Ach, wir haben keine Streichhölzer. Zwei nur noch. Scheiße. Geh halt zu ihm hin. Was willst du denn machen? Guckt er sich denn wieder um? Ich will mich gar nicht wegdrehen von ihm. Ja, du musst aber mal. Ja. Der blöde Arsch. So, jetzt haben wir aber wieder keinen Schlüssel. Ja. Blöder Sack. Der Clown macht mir keine Angst mehr. Ja. Ja, weil... Zeitweise... So. Und jetzt? Na, durch die Tür wieder raus. Ich will aber nicht. Ich will nicht raus. Ja. Ja. Also jetzt haben wir da so eine Verbindung. Ja. Was denn? Der ist weg? Oh Gott. Oh, wir haben keine Streichhölzer mehr. Ist es denn sehr dunkel? Ja. Ja. Da, Streichhölzer. Yay. Aber wo sollen wir denn jetzt hin? Ich bleib jetzt hier stehen. Irgendwann muss es ja morgen werden. Aber du brauchst doch trotzdem den Hinweis. Das ist ja gut. Sonst wird es nicht morgen. Oh, wenn schon die Musik so wird. Ich hasse es. Noch mal ganz hoch. Lass mal stehen. Was ist der Wind, der da heult? Hoch? Keine Ahnung. Ich nehme an, wir werden unseren Freund suchen dürfen. Weil der meint ja jetzt rumlatschen zu müssen. Ständig. Und immer. Dreh dich mal rum. Ist die Fackel ausgegangen? Ja. Nee. Es hat noch nicht viel Licht gegeben. Ach, die hatten wir noch nicht. Nee. Und die erste haben wir auch noch nicht. Nur die, oder? Also die ist das Badezimmer. Immer noch. Und da haben wir auch schon alles mitgenommen. Aber das ist noch zu. Ja. Der Raum da ist noch zu. Ja. Ja. Der ist immer an der Ecke, ne? Das ist schon... Gott. Gleich passiert wieder was. Der ist auch noch zu, ne? Ja. Ja. Jetzt bist du schon wieder. Und er atmet schwer. Da ist die Frau da. Das ist nur ein Schatten. Boah, ich geh mal drauf. Geh halt drauf. Ja. Komm, nimm mal Platz. Komm, fest. Und da ist er weg. Er war todesmutig. Einen Schatten in die Flucht geschlagen. Ach so, wahrscheinlich ja, weil er hier immer saß. Ja, das sitzt er jetzt nicht. Ist ja klar, er ist ja am rumlarschen. Wir müssen ihn wahrscheinlich finden. Und deswegen genau ist jetzt die Musik hier so. Die Geräusche kamen aus der Küche. Ja. Zurück. Zurück. Hör, das Streichhölzer. Ja. Ach, sehr gut. Dann füllen die sich doch auf. Wo war denn die Küche? Ich bin jetzt vollkommen durcheinander gerade. Da. Ja. In dem... Unten die erste, also diesen Gang, wo der jetzt dieser, ähm, der Schatten war. Ja, ja, ja. Genau, da die nächste, die nächste Tür. Die da. Licht, 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 Licht. Ach, da ist er. Also er will uns ärgern. Ja, und ich hab mich definitiv... Der Dreckskerl. nicht bewegt. Also nicht mich erschreckt vom... Von der Maus her. Mhm. Aber trotzdem hab ich Leben abgezogen gekriegt. Ja, weil dein Charakter sie halt erschreckt. Nur weil du so ein abgebrühter Spieler bist, weißt du? Und jetzt gehst du raus. Dann ist der Kumpel wieder weg, wenn wir reingucken. Und dann müssen wir den nächsten finden. Ja. Wie mit dem Telefon. Äh, ist abgeschlossen. Was? Jetzt ist aber gut. Ist okay. Äh. Äh, was ist das denn? Äh. Was ist das denn für ein Shop? Keine Ahnung. Mach mal zu. Mach mal zu. Da steht wieder halt jemand, oder nicht? Ja. Ja. Genau da. So jetzt. So steht er. Wie das. Das sind Haare. Jetzt erkenne ichs. Was? Ist das Mädchen, oder nicht? Was wir eben als Schatten gesehen haben. Was müssen wir denn jetzt machen? Kannst du noch irgendwas aufmachen da an diese Kiste, oder? Ja. Hast du das Licht ausgenommen? Weil ich sehen wollte, ob dann auch der Schatten da ist. Was? Der guckt jetzt wieder rum. Siehst du das? Mhm. 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 Ja. Aber wir haben uns nicht so was wir ansehen können, oder? Was ist denn jetzt? Ich will gar nicht aus dem Fenster gucken. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir. Aber wir können gar nichts sehen. Das ist die Statue. Das ist der Innenhof, oder nicht? Mhm. Da, wo die Frösche im Teich sind. Äh, in dem... Was war jetzt das? Guck mal, guck mal, guck mal was drin. Ach, da drin ist alles verfault, oder was? Kann ich jetzt raus, bitte, bitte, bitte? Ja. Wenn ich rumleere, ist weg. Nee, er ist noch da. Ah, aber vielleicht sollte ich nochmal in den Kühlschrank gucken. Ach so, wegen, ja, Schlüssel und so. Du machst gerade den Tast den Ton leise gemacht. Äh, aber wie? Im Spiel, du hast irgendeine Taste da. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. War der das? Ja. Bitte? Da, Schlüssel. Ehrlich? Ja. Ich habe nichts gemacht. Okay. Wie krass war das denn? Also das war jetzt wirklich heftig, glaube ich. Wie krass war das denn? Wie krass wurde das denn? Also äh, Türen aufmachen. Gut, jetzt! Aus! Aus! Da, die Tür ist noch zu, oder nicht? Die hier? Ne, die andere da hinten. Probier einfach da. Da, die Tür, die andere. Die da. Die hast du eben schon probiert. Die gerade rüber, die noch nicht. Ja. Nicht. Batterien. Streichhölzer. Ne, mach erst mal an. Egal. Achso, ja. Aber ist ja egal. Gucken wir erst mal, ob noch was rumliegt. Klüsseltechnisch, aber sieht nicht so aus. Ne. Pranz. Gut. Als ich letzte Nacht wach wurde, glaubte ich, Kinder im Haus lachen zu hören. Linda hat davon nichts mitbekommen. Sonst wäre sie sicher noch unruhiger geworden. Was haben denn da nachts Kinder lachen zu tun? Was soll da? Keine Ahnung. So, meine Lieben. An der Stelle ist jetzt erst mal Schicht im Schach. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gruselt euch schön. Und ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass der einfach meinen Ton leise gemacht hat. Na gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, abonniert und kommentiert. Bis dann.